ich hoffe nicht mal das musiker kann nicht das typische wenn wenn bei mickey damit niemand vergisst in drei monaten ist der ist weihnachten eigentlich schon größtenteils vorbei also besorgt eure geschenke damit weihnachten nicht zu schnell kommen die ersten zwei geschenke habe ich schon und zwar das wieder am 23 ich dachte wegen der weihnachtsmucke weiß ich nicht du scheiß kobold wer stellt wer stellt auch ein kack kobold in eine mutter was hat die denn damit zu tun wie konnte ich mir noch mal das licht anschalten mir das war ein bisschen falsche richtung es war dieser scheiß kobold ja ja immer noch ab 18 oder hier ja ja wir sind wir sind da wacht sehen oder mache ich jetzt aus was ich bin noch keine 18 im kopf ich will nicht mehr ich höre auf mir das ist schlecht mir probiert über die bande zu spielen geht ja nicht habe ich ja schon probiert du musst schon weiter hinten du musst dich ganz hinten ran ich habe doch eben das probiert ich habe das eben zweimal probiert und es hat nicht funktioniert und das ist aber weit weg oh man darf nicht springen oder zumindest wurde ich zurückgesetzt einfach so danke mira du hast mich rüber geschubst und recht zurückgerollt ich bin übers lorien weg das eine zumindest probiere ich das da noch mal rein zu kommen oder nein endlich wir gehen den weg hier ob weiter wie bist du denn da reingegangen alter das war jetzt gerade sauber eingelocht alter solches machst du sowas öfters ja ok ich loche öfter sauber ein alter habe ich mich erschreckt das war ja wirklich millimeterarbeit der war geil oder du siehst nur wie grüßball so durchbohren wirklich einzeln dieses loch ein herrlich in der da dankeschön enge löcher das kann ich immer ganz gut eigentlich aaaah was denn nichts alles gut ich bin verhungert nein nein mein gott da ist hier sogar echten schneemann auf dem ball ich komme auch irgendwann also da wieder rein ich dachte ich habe so ein bisschen richtig bin ich bin ich hier okay das war falsch das war ja richtig das auch ich bin drin wo lande ich bin jetzt er ist der liebesengel manchmal aber nur manchmal da muss man hin überhaupt da muss man hin da nicht wie setzt man sich noch mal zurück das ist sehr nett das ist voll nett dass ihr den abstand aufholt hey ich bin zweite danke euch wie heißt der nordische gotter ungeduld ja haben wir es bald das ist mein humor hätte er nach oben geguckt hätte er mich gesehen oh ich bin drin das ist ja einfach ich weiß nicht hybrid sieht irgendwie aus wie eine von diesen christbaumkugeln die jahre habe ich auch schon gedacht und zwar geschlägen das ging ja einfach ja oh gott bin ich schlecht ja der fehlt an den kugeln vorbei der 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 sov du hast wie sehen wir alle so ein bisschen aus wie christbaumkugeln wenn wir leuchten die die ich mich auch und der war der ich wurde angestuppst ich wurde angestuppst nein das erkannte nein ich bin verhungert verhungert ja das sagt man wenn man der schlag zu lasch war finde ich mal nein darf man da liegen bleiben oh ja ich glaube bin ich habe ich es geschafft nach oben ja warum fallen wir hm frisches warum fallen wir nein nein wie kann man darüber weggehen ich auch hier verschwindet was bleibt hier liegt ein ei da kann ich sie moment oi 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 lass mich da rein lass mich da rein dank ach du scheiße ach du grüne 9 was das denn ich habe F gedrückt ich voll idiot nein wieso habe ich denn F gedrückt weil du es kannst wieder da Baby ja scheiße wieso habe ich sagt man nicht macht man weißt du sagt man nicht weißt du macht man oder baut man da fuck wo ist das da bin ich auch rein frisches woran ich weiß in das Loch mit den Palisaden also ich muss sagen dieser Liebesengel macht mich so ein bisschen nervös liebesengel ja amore mich der Liebesengel hi Bruce the son of beer mit seinem Herzchen und seinem süßen Ding da oben drauf wir wissen das heiligen Schein ja dankeschön mit heiligen und so kenne ich mich nicht so aus nee ich war schon immer ein Engel ich wage zu bezweifeln ich frage meine Mutter ich war nicht nein oh hi ich weiß nicht wie auch ich habe es über die Brille geschafft sehr geil nein 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 wie was war das das hat sich für mich ich bin voll gehauen oh mein Gott da auf mich zu hauen oh das Rad ja es haut mich ich hänge unter dem Rad nein ich kann mich nicht bewegen wo muss man denn hier hin nein ich bin rüber geflogen oh bitte bleib blatt du süßer wundervoller Ball das ist ja ein blödes Loch muss man da auf das Eis nee muss man bestimmt nicht ja das war gut du musst da runter oh hier hat das aber auch ganz doch eine Stelle ja das Rad hat mich eben die ganze Zeit gehauen und was ist das also ein Tsunami ein Eis Tsunami das ist mir auch passiert mir nicht mir schön so ein pöses Rad aber auch ja ne richtig pöses Rad ist so ganz ganz pöses Rad ein böses Rad ein böses Rad ach frisch das Loch war irgendwie gemein das mochte ich nicht aber es war eigentlich was cool wo muss man denn jetzt sind ich schätze da drüben rüber oder in dieses Labyrinth oder was das ist oder einfach hier runter warte mal ich glaube da unten ist was hier ist ein Loch genau da in der Einrichtung doch da ist ein Loch stimmt ich weiß nicht ob das eigentliche Loch ist aber es ist ein Loch es ist ein Loch gut aufgepasst boah ich dachte gerade hole in das sieht ist geil ich hatte Weihnachtslieder warum habe ich diese Map ausgewählt na gut ich wusste nicht dass die solche Musik hat oh mein Gott es gibt nur den ersten und den zweiten Platz nein nein bleib mein süßer Schneemann bleib bin ich hier richtig es geschieht hier verrückt oh bin ich hier richtig du rollst du bist in die falsche Richtung hä echt ja in die Richtung in die du gerade fährst komm ich gerade oh nee da bin ich doch eben durch durch das Rohr dann bin ich hier richtig hä hä der bin ich gerade durch da bin ich in die falsche Richtung gegangen und noch mal da durch oder wie muss man sich denn da ganz runterfallen lassen ich hasse man muss auf dieses holzding man muss auf das holzding und dann kommt man da irgendwie nach unten auf so auf so bahn ja da ist das loch wenn du da so schräg runterkommst seid ihr denn da ich frage mich gerade wo du da bist ja ich eigentlich auch aber irgendwie okay wir sollen ins wasser mein ding war ganz gut gut gelegt ja gott sei dank nein hier sehe ich an dieser ekelhaften kannte ich höre was planschen ein schwimmender käse nein bleibt erst bei der kannte hängen das paket das paket ja böses paket ich bin ja so ein grinsch oh ja ich war mir eigentlich du magst weihnachten ich ich habe ja ich habe war warum wie kann man das leben und trotzdem grinsch vom aussehen hier bin ich grinsch ok aber der grinsch liegt ja weihnachten auch haben ja so wie ich aber nur wenn wir alleine sind unsere ruhe oder buckling in verwandtschaften ich dachte ich könnte ich noch hoch bumsen hi servus oh scheiße weißt du alle verschwinden erstmal was passiert denn hier bloß nicht zu dürfen ja habe ich gemerkt ich rolle und rolle und es wird nicht auf muss man das igloo da die hier ist aber hier scheiße ich bin auf der falschen seite ja schon von vorne rein frisches oh ich wollte hinten rein nein und triffst nicht mal das loch ey noch nicht mal das vorne nicht mal das vordere kann er ach jetzt ich bin drin das war ja einfach nicht einmal das vordere immer blieb mir nicht trollbutton hehehe oh oh nein nein da bricht der button nein nein scheiße ich wollte ihn doch nochmal ausprobieren oh 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 ich unglaublich ich wollte auch nur mal ausprobieren hehehe hehehe das war nur ein joke ja scheiße ich wollte wissen was passiert scheiße hehehe 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 das ding bummst mich dann war ich da doch näher dran das war so als wenn ich da ganz 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 knapp dran das ding ist nein der war gut ich mag diese mitten ich mag diese mitte wirst du keine weihnachtsselle diese mitte ist immer noch besser als die racing map die wir letztes mal hatten mal vor zwei das stimmt die war cool wobei ich auch den letzten map gewonnen hatte aber nur auf der letzten map nur auf der letzten was hehehe das schubst mich oh baut jetzt keinen scheiß hehehe 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 nicht das war zu weit muss man da eigentlich hin äh das glaube ich mal unglaublich ich glaube du bist gerade in der falsche Richtung ah ok danke ja einmal auf die einmal auf die andere seite des lichts die andere seite des käses ja der käse ich liebe den käse der käse ist toll der käse muss für immer hier bleiben ui da fliegt ein frisches ja deswegen sag ich ja ich darf mich eigentlich nicht irgendwie nein darf mir nichts anderes anziehen das ist jetzt ein markenzeichen ja zum glück darf ich es das wird dann nein ein fliegen ist frisches ein fliegen ist frisches ein fliegen ist frisches sag mal nein jetzt nein sag mal die einfachsten sagen nein nein so jetzt Sarah ah du auch ja das war knapp ja komm 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 mein süßer Schneemann nein nein ich hör irgendwas klanschen ja das war ich warum muss man hier hin achso davon ist ein Loch nein und ich bin davor verhungert ich hasse Luren aber jibbi oh aber Hatschi aber Hatschi ah oh Gott mir wird schlecht ja ne nur Bruder ja nein beide 10 ja ja aber ich bin noch bin ich erst ganz knapp wo stimmt man denn das wasser oder nicht nein nein da ganz 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 vorne ist so ein ganz kleines Loch in dem Eis ist ein Loch drin Mira nicht rüber springen sondern in das Loch im Eis hin in die kleine vertiefung ist ja dreimal rüber gesprungen glaube ich wo einfach geradeaus wo du die ganze Zeit rüber springst nur flach rein aber das ist keine ach so das ist ich hab gedacht das wär was nee nee ich bin an der Seite bin ich rüber nee ist das nicht fucking ernst ist das euer fucking ernst ich muss ja schon sagen ein Schneemann sieht irgendwie creepy aus wieso das 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 für cool ich mag mich niemand ich so einen schneemann bauen nein nein wirklich nicht ja aber ich mag das lied nicht ich weiß wie das geht ich liebe das ich will auf den Keks ich will auf den Keks von den kleinen süßen Anna und die kleine Elsa ja ich mag keine Kinder bei den eigenen sieht es dann anders aus aber ich mag keine Kinder oh so ein bisschen Zucker drüber oder Salz und Pfeffer geht auch ich wusste das ich wusste das ich wusste dass das kommt ich wusste das gleich angespitzt ja angespitzt dann sind die so salzig nee dann sind die so salzig lieber angebraten hm hm oder gekocht im eigenen Saft hm ich mach ihn Hilfe Hilfe mit was für einem Mann bin ich zusammen hm Hilfe oh Hilfe Anze mein im Keller liegt ne Leiche ich bin's nicht gewesen doch ich kann das nicht beweisen ich bin's als nächstes eine Ostermap Mapa die hatten wir schon Wir hatten schon eine Ostermap. Stimmt, da hatte ich meine Eier verlor. Ach so, jetzt schließe ich. Nein. Das klang falsch. Das klang so falsch. Oh ja, das ist schon verloren. Schon lange. Das klang so falsch. Das sind wir von dir gewohnt. Das klang so verkehrt. Ja, ne? Sehr cool. Ich habe hier übrigens ein Hoey in mir gemacht, Eidaria. Angeber mag keiner. Na, siehst du, dass du deine Eier zurückbekommst. Mit einem Punkt. Mit einem Punkt. Ja, sehr geil. Erste. Ich habe die Uganda-Flagge. Ich habe die Uganda-Flagge. Ich habe einen Witscherhut. Ne, einen Hexenhut. Uganda. Ich hole mir mal eben was zu trinken, sonst halte ich das nicht aus. Einen Moment. Äh, lasst ihr gleich wieder ein. Ich muss gerade erst mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe gerade irgendwie unsere Map verloren. Ah, da. Oh, jetzt kommt schon mal eine Surfer-Map. Bin gespannt. Aber dafür hat er eine tiefe Stimme. Er hat sie wohl wieder gefunden. Wie sieht es aus mit Dera? Eine sehr gute Frage. Spiel die selbe Map nochmal. Die selbe Map und los geht's. Nein. Nein. Ich mochte die Musik. Hole in one only. Gibt es eine Star Wars Map? Könnte ich mal gucken. Es gibt auf jeden Falle der Ringer Maps. Ja, das stimmt. Hatten wir ja schon. Ja, Herr der Ringer. Ja. Das wäre was für Hybrid. Ja. Herr der Ringer bin ich dabei. Ja, müssten auch bald kommen. Die ersten. Ja, ich weiß nicht, ob Dera schon da ist. Dera mitmachen möchte. Noch. So, dass bei DVD dabei sein wird. Dera, mach mal Piep. Ich habe sie wieder gefunden, Mapa. Ich habe das jetzt erst gelesen, ja. Nein, hat er nicht. Er lügt. Er lügt. Blasphemie. Achso, ich fasse mal meinen Ball an. Ja, wollte ich auch gerade wieder. Ich habe jetzt eine gute Nachfrage. Ich hasse diesen Alert. War klar, dass er kam. Ja. Hybrid musste das sein. Ja. War nur nicht ganz klar, dass er von Hybrid kommt. Ich wollte ihn vorhin auch machen, aber da warst du gerade nicht am Rechner. Da warst du in der Pause. Da war ich bei dir oben. Da habe ich mich schon genug gestreckt. Achso, da warst du bei mir oben. Ich habe mich gewundert, wer hier bei mir ist. Bis zum nächsten Mal.